Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Wir gehen heute nach Gok-Basil. Das heißt auf Deutsch, wir gehen nach Brasilien. Nein, Quatsch, aber das ist so ein, ja, zehn Kilometer von Kampömenbeck und da ist eine Wasserstelle, ja, eine Wasserstelle und dort gehen die Thais jetzt hier, wenn es so schön warm ist, da rein und spielen dort. Sonnkran und Abkühlung und Schwimmen ist also der Platz hier, wo sie dann da alle schwimmen. Und das machen wir heute mal. Also so ein richtig schöner, typischer Ort für die Thais. Und da werden wir uns heute mal unter das Volk mischen hier. Vorne geht es auch noch ein, oben, oben, unten, nichts. O, 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 oi. War doch gar nichts. So. Also, das machen wir heute. Machen wir heute mal einen Badetag, passend zum Sonnkran, würde ich sagen. Und. Sagen wir heute, jetzt ist 38 grad 39 grad also angenehm für wasseraktivitäten und das ist da ist das da wo wir schon mal war mit dem kann ja das ist dort da bin ich ja schon mal kanu gefahren wie heißt das? wild water action canyon rafting oder was wir da gemacht haben und da hat es mich ja da umgeschmissen und dann irgendwann stand ich ja da ohne hose da zur belustigung des publikums wer lang hat lässt lang hängen aber da war nichts mehr lang da war kalt ja gut gibt es auch schon auch schon ja gut ich lass uns mal gucken fahren ist das denn für ein auto hier du? was ist das denn für eine karne? ein achser das ist ja passend hier zeitblinker hier handrausch jawohl jetzt mal auch hier wohin ich die ganze zeit hier mit vorfahren oder? die pegge doch? oh jetzt wird gerade noch zugesetzt hier du ah hier unten auch so aber wie papel denn hier angst Ja, schön. Kommen die Autor vorbei? Kommen die Autor vorbei? Nein, nein. Aber ich glaube schon, dass ein Bambus hier oben ist. Ja, schon den und den Verkehr hier. Die laufen noch mal mit woanders hin. Ist sicher. Hier rein. Hier rein. Sicher? Ja, da steht doch. Kann das Auto fahren oder nicht? Sicher, sicher, mein Schatz. Ja, so lang. Sicher, mein Schatz. Guck. Schon gefunden. Nicht auch. Ja, schon gefunden. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Das ist hier. 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 Wasser von Nampung. Ah. Nampung Wasser? Ja. Das ist verboten. Was ist verboten? Ja. Ja. Die grüne Salz. Ah, dürfen dann hier rein. Das ist interessant. Aha. Und das ist hier dieser Bambus. Ja, hier. Aha. Okay. Ah, ja. Da ist auch dieser Käfer drin. Oder wie? Ah, jetzt ja. Okay. Schön. So, Wasser ist genug da. Sagen wir mal gar kein Wasser. Hier stimmt doch gar nicht hier. Geöffnet Wasser. Schon wenn das Wasser durch ist. Ja. Aber wir müssen putzen. Hier ist genug Wasser. Ja. Die Bambus sind in Berlin. Zu viel. Das stimmt. Da liegt ein Bambus rum, ja. Bambus Boot. Ich hab jetzt hier mal neu vom Dao. Ja. Idyllisch hier, Tilak. Hier hat man mal viel Feuer gemacht, oder? Nee. Die putzen von Leuten, von Spielern. Noch nicht Fatigue. Aha. Da kann man sitzen. Ja. Hier kann man ein Auto putzen. Hier kann man ein Auto putzen. Ja, wirklich. Hier ist ein Autobaschtag. Ja? Ja. Ja, mein Kiel ist besser. Ja. Wo gehen? Gehen, gehen. Na Seite. Mein Pool ist besser. Ich schwöre. Hier, fahr Schwimmreifen hier. Komm mitnehmen. Ja, fahr rennen. Ah. Schön. Nein, nein. Aber gut. Jungs, könnt ihr auch schwimmen, ja? Könnt ihr auch schwimmen? Ja, das nützt ja alles nichts, wenn die alle auch nicht schwimmen können. Das ist ja mal das Thema hier. Oh, ist so viel Mucke hier. Zu viel Musik hier, ha? Ja. 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 Ja, das ist falsch. Ah, der kommt. Leo, Leo, bye, bye. Tilak. Ist nicht der richtige Platz? Nein. Andere. Andere. Wo sind die Leute? Wo ist denn hier los? Tilak, du? Von wohin? Oh, die Leute kommen von Urlaub und so. Ja. Buriram. Ja. Ja. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Du gleich mal rein in den Schatten hier. Gebtang? Ja. Ja. Und was sagt er? Ne, äh, für Backen zwanzig Bad. Ja? Ja. Ja. Wie man, an Ton, da ist die Haulen leidig. Zwanzig Bad, Backen. Überall Geschäft machen hier. Ja, ne. Kommt gleich auch aus Herbnikan bei. Ja, okay. Ich hab da dabei. Ich hab da dabei. Ich hab da dabei. Ja. Siehst du? Siehst du? Hier sind wir richtig? Ja, richtig. Ich hab das hier in der Karte. Ich hab da dabei. Ja, gullal. Hier ist eine Karte, die nach superficie. Ja, ich hab da dabei. Ich hab das hier. Ich hab die Überleggericht. Ich hab das hier. Aber und was ist hier? Ja. Wir haben die Ungecknungen. Wir sagen ein paar mit uns. Wir machen unseren Karte. Kinder, wo gibt es in Thailand keinen Platz ohne Essen? In Thailand immer essen und trinken, egal wo du bist, ist immer dabei und das gibt es nicht ohne. So, also. Natürlich, ich sage, wir essen hier lecker, wir essen hier. Was haben wir denn lecker hier? Hintenspieß und weiß der Geier was? Irgendwas. Kennen wir die? Ja, ich kenne schon. Du kennst sie schon? Vom Pantone. Vom Pantone oder von Pantone? Pantone. Kennst du, wieso geht ihr hier? Hat Nudelsupp? Nudelsupp. Nudelsupp. Oh, Aloe Matma. Aloe Kapp, Aloe Kapp, Aloe. Wenn du dann sagst, ich habe es nicht so scharf hier, gleich nebendran hat es ein paar Chili hier. Aloe. Da ist doch die Freibad hier oder was? Ich hoffe nur, die können alle schwimmen hier. Ihr kennt das Thema noch, von wegen mit der Saufen. Wir haben einen Schwimmring dran, okay, gut. Besser ist das. Aber schön hier, aber schön. Beste, gut so, gut so. Jens? Jens? Jens, Jens. Jens, Jens. Das glaube ich gleich gut. Jens, 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 Jens. Ja Kinder, Freibad. Freibad im Ishan. Mit Kopfsprung rein, jawoll. Jawoll. Oh, ist gleich eine Strömung hier. Guck mal. Hier geht es ganz schön aus. Oh, ho, 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 ho! Zwimmung, pass, action! Geil, oder? Geil. Hinein! Das ist die Brücke, die Brücke, richtig, wo sie da am Arbeiten waren. Hallo! 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 Alle dabei! Zu festhalten, wenn es mal eng wird, oder was? Das Wasser könnte ein bisschen sauber sein. Wie bitte? Mitte! Ja, ich sehe, die können da stehen. Das reicht zum Ersauchen, reicht es. Gerade wenn es so viel Strömung ist. Wenn ich da die Kinder sehe, weiß ich, mit kleinen Schwimmreifen. Mitte! Gute Meter. Gute Meter. Schuhe, wie? Das ist Beow. Beow. Wie ein Vogel? Nein. Ah, Beow heißt sie. Beow. Not Beow. Wie ein Vogel? Okay, pass auf, wir fahren nochmal jetzt an den Platz hin und euch mal hier einen tapferen Überblick zu geben von der ganzen Lokalität hier. Geordnet 6.30 bis 17 Uhr. Ach was, bis 17 Uhr, schön, weiter geht's. Ich kann ja schon ein bisschen Eiscreme kaufen, hier kommen wir, ein bisschen Eis hier. Hier geht's noch ein Tempfer, eine eigene Eiscspier und leveling. Wie lecker ist hier? Koffi. Koffi. Koffi ist gut. Und? Vanille. Hier ist es nochmal ein bisschen die Blicke hier? Schiffen wir mal rein hier. Wiemann, Blicke? Ja. Das ist 20 Uhr. Wie bitte? Dankeschön. wer bist du denn hier? komm mal her, du kleiner hier, komm mal her, du kleiner hier. habe ich gedacht, ich bin der einzige hier, aber da hat es ja noch rein, guck mal, noch einen weißen, noch ein Außengeländer. Was ist das? 30 Watt, oder? 10 Watt, 10 Watt, das ist 1 Watt, mein Gott. Ich habe einen Schrauben. Ich habe einen Schrauben. Sie haben einen Schrauben. Das ist eine Schrauben. Schrauben der Autos zu sehen. Schrauben weiss. Die Schrauben wir in die Schrauben. Die Schrauben und die Schrauben sind sie. Ich will nie Und andere wieder Ja, andere Ne, mit dem Hut nicht Nicht abbiegen, oder? Rechts abbiegen? Ja Schuhe Schuhe Hieße Vom Anfang Wir können nicht backen hier Langsam Wir können abpacken, oder? Oder weiter fahren? Oder unten? Unten, ne? Wir müssen backen hier Ja, dann wir laufen Wir können auch parken nach unten Ja 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 Kann man oben rutschen, oder? Oder oder was? Hier waren wir doch schon mal Aber wo ist denn die Gebettungenbrücke, die sie hier oben hatten? Wir hatten doch mal was集 gebaut hier Andere Platz Andere Platz mit dem bambus stand da weißt du kannst du ein bisschen picknick machen hier bis sie sitzen hier schön oder tisch 100 bad ok ein tisch 100 bad da kamen wir weg aber tisch hat es doch gar hier auch eine gute geschäftsidee oder gute geschäftsidee oder 100 watt für einen tisch hier auch mal ein fleck ja gut ist nicht immer saison ist auch klar du hast nicht immer hier die gäste aber so für die solch an tage ist das doch schon mal nicht schlecht hier höher hier heute ist das schon wieder strafe hier 5000 10.000 heute ist das schon wieder strafe hier wenn boxing darf man nicht die hunde im wasser und nicht mit wasser hier ja da oben ging es doch zum tempel hoch da oder andere 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 okay hier natürlich alles wieder weiß und krank gott sei dank hier nicht so viel mucke hier schön ja machen wir testen genau machen wir testen das sind auch getätet hier saudi kap ja saabade saabai saabadei kap mit 4 schang mit 4 schang auch dabei nun muss ich sagen wenn hat keiner Geld mitnehmen aber wenn hat Handy überall du kannst sogar hier mit Handy bezahlen alles mit scannen Handy bezahlen nicht schlecht da gleich wieder das funktioniert überall überall mit Dinger dran jetzt nur die hat geschehen die verdienen jetzt richtig unglaublich ja nur für geradeaus geht 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 auch aber ist schon ein bisschen schmutzig das Wasser oder? aber jen aber ich will doch gar nicht jen ich will doch hier nur schön 32 grad pool den will ich doch gar nicht haben guck mal wie die parken so nächste station ja gut da stehen sie schon wieder hier mit mit spritzerei eklig aber ich kann sagen also ich würde mal lieber in der ersten station reingehen so wie wir da jetzt aufgenommen haben immer in flussrichtung mit laufen da kriegst du nachher die ganze pisse und kacke mit jeder pisst da rein da ehrlich du bist hinten dran ist das geil lieber in der ersten station mein schatz hinten ist ja noch schlimmer glaube ich das ist der allerletzte hier oder? ja der allerletzte punkt langsam langsam hier parken kann ich nicht tiefer? nein nein park hier diese Seite da haben wir Schatten Schattenbox hier Schattenbox ok hier waren wir auch schon mal hier das ist jetzt mit der Brücke ja genau richtig die Brücke da da waren wir doch schon mal dahinter ist nämlich dieser weltberühmte Monk alles weltberühmt hier alles ist hier weltberühmt Musik Musik ist schön was ist das denn da? keine Ahnung was da im Wasser drin ist was ist das hier zu fliegen da? schön also wir haben jetzt ja trocken Zeit ich stelle dir mal vor jetzt in der Regenzeit was hier hier Wasser kommt hier da kannst du ja gar nicht mehr fahren aber dafür gibt es ja dann hier oben die Brücke die ist endlich fertig das ist schön da und dann gehen wir mal hoch gell? komm guck mal an die Kinder Abenteuer Brücke kommt mir vor wie ihnen dann haben wir auf einmal gepucket oder? doch 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 mit den Stahlseilen hier und alles offen hier hat der TÜV Scheiße da nur eine Schraub rein guck mal hier und eine Schraub rein okay 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 Tielak nicht immer so vorwitzig und so weit vorlaufen hier ja stell dir mal vor ich fall jetzt hier noch runter hier kein Problem das Testament verzieht das Testament verzieht ja den Wackel doch noch du ja schön hier spielen von oben hier mal ganz neue ganz neue ganz neue Eindrücke hier von oben nimm mir seine scheiß Mucke da der macht die ganze Aufnahme kaputt der Penis elendiger Tielak geht das so? oh mein Buddha oh mein Buddha aber das ist jetzt Hightech wirklich das ist jetzt neu ich hab das hier noch jetzt gesehen da war das echt noch so dass die Mönche dann hier über den Fluss dann so gingen echt ja das war so ah hier ist Checkpoint für Sonnenkran und äh Alu 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 hier waren wir schon mal überlegt mal kanu fahren und dann hier durch die rohre hier durchfahren hier da musst du erst mal zielen an dass du genau in ein rohr reinkommst und dann ab die brust das haben wir schon gemacht also viele hütten hier die brunter für eine kultur so war normalerweise wasser müssen mehr hunde hat nicht hat nicht so okay wir sind dann aber runter geklettert hier runter gekraxelt hier so dass wir mal noch einen schönen schweif blicken lassen können hier über den ganzen matsch und dreck hier ist das war regen das war alles regen hier und dann haben sie das noch mal mit dem graben darunter gemacht und jetzt haben sie gesagt kommt kein kein regen mehr das waren die letzten zwei tage wo es ab und an dann hier jetzt gewittert hat aber wir hatten ja nichts gehabt und zwar echt gar nichts doch kein 34 tropfen war ja nichts ehrlich schön schön im issan hier wir brauchen schon Pataya oder? wir brauchen kein mensch Pataya hier wir haben issan hier wir haben unseren fluss hier du da ist stimmung da ist spaß da ist action da ist sand da ist schlamm was willst du hast du mehr noch? Pataya ey so ein quatsch da will doch kein mensch hin nach Pataya ey aber nichts oben ohne und nix ne? ja die lok hat auch Angst, wo ist saubär hier? saubär hier kann ich weil oben pissen sie alle rein habe ich gerade jetzt gesagt saubär? saubär ist was anderes ne? saubär aber nix mit oben ohne und nix alle kultur angezogen aber sagt ihr ja schon das ist typisch issan das ist thailand ne? man geht nicht mit bikini oder oder was ne? man bedeckt seine blöße richtig mein schatz ja nicht so nackend im fluss gehen oder was das ist nicht richtig ne? das wollen wir nicht so schön mit t-shirt hier lange hosen rein das ist schön auch die dicke da hinten tatsächlich wir haben dazu gemacht dass kein kind abhauen kann oder was hier da vorne ist noch auf hier da haben sie sicherheitsschleuse gemacht ey naja gut und wer jetzt ganz verwegen ist kann jetzt hier diese tretboote da nehmen oder was das ist ente schwan und weil da geht es runter durch die stromschnellen da ist natürlich ne? da wären wir ganz extrem viel machen wir das normal? ne? hier mit klitsche ente heute wäre mal geil würde ich sagen ehrlich so was würde ich machen? schön ach ist das schön ja was ist das schön hier so kinder mit diesen lieblichen bildern und dem trecker vor mir und neben mir werden wir uns heute mal verabschieden ich würde sagen wir haben heute ein schöner tag oder? reingehen? ja ne also das muss jetzt hier nicht unbedingt sein also da mache ich lieber in meinem pool drin hier Porn willst du noch rein? auch nicht mehr dann würde ich sagen war es das für heute immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren der Uwe und die Porn aus dem lieblichen thailand und tschüssle, ciao und tschüssle, ciao wir sind nicht so weit, wir kommen zu Hause um nur zwanzig Minuten zwanzig Minuten, ne? und dann da, ne? also wer braucht schon ein paar thai, ey, boah tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020